Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Badwars, heute auf der Schach-Map. Mal wieder 12 gegen 10, normalerweise glaube ich 12 gegen 12, aber ich glaube hier lief sowieso gleich einer. Also das wird schon gleich fair sein, Leute. Da braucht ihr keine Angst haben. Da braucht ihr echt keine Gedanken mehr machen. Oh, ey, oh, ey. Da habe ich ja sogar schon fast zu viele Blöcke. Was macht er denn? Ach, Junge, ey. Was wird das denn? Komm, ey. Ich grenze mich von ihm ab. Richtig dull. Komm hier. Wollen wir direkt noch rüber zu denen. Nice. Damit sie direkt zu uns kommen können. I love it. Oh, geil. Geil. Was ich noch cooler finde, ist einfach mal unendlich viel Gold zu haben. Sieben. Ich bräuchte noch einen jetzt. Bitte, ein Gold. Ein Gold. Swammer, bitte. Scheiße, mir fehlt ein Gold. Ja. Okay. Noch das da sauber. Jetzt kann ich mir einen Bogen holen, eine Spitzhacke und ein Schwert. Oh, nee. Oh, nur drei. Ach, Mann. Ich brauche noch ein bisschen Eisen, bitte. Bitte. Ich brauche noch eine Ladung. Bitte. Bitte, nur eine Ladung. Bitte. So, ja. Okay, okay. Hier. Da. Das kannst du haben. Jetzt kann mir nämlich eine schöne Rüstung holen und kann alle wegracken. Oder ich fall direkt runter. Das kann natürlich auch passieren. So, jetzt aber. Alter, ich werde euch so vernichten. Ich werde euch so hart vernichten. Das glaubt mir kein Mensch, ey. Ja, doch. Vielleicht ihr. Ich weiß nicht. Ah, und guck mal. Habt ihr schon gesehen? Ich sag doch, da lief einer. Nämlich bei den Gegnern. Nice. Naja. Aber wer die vorletzte Folge gesehen hat, der weiß, dass das sogar noch sehr fair ist. Wenn nur so ein paar fehlen, geht das alles noch. Alter, ich hab mich alleine gegen zehn Stück behauptet. Weil ich der King bin. Oh, nein. Komm. Bring ihn um. Nice. Und er ist tot. Wow. Wie wir die weggerackt haben, ist unfassbar. Scheiße. Da kommt einer von der Seite. Geh weg. Geh doch bitte weg. Hallo. Ich will weggehen. Oh Gott. Hilfe. Nee. Du gehst ja jetzt weg. Seh ich nicht ein. Nein. Alter, du verschwindest jetzt. Zack. Komm. Oh Mann. Nein, lass sie nicht runtergehen. Och Mann. Es tut mir so leid, ey. Es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Ja, ja klar. Geht doch. Alter, wie ich die hier wegrecke, ne? Easy. Aber wenn die dann einen Bogen haben, dann macht das gerade wenig Sinn. Ja, überlebt. Oh, lol. Das war ein trauriger Versuch. Wenn ich zumindest eine Plattform kaufen könnte. Eine Plattform wird das schon irgendwie reichen. Sag mal, was macht das denn da oben? Lol. Ich geh mal da hoch. Hä? Ah, jetzt hab ich... Ja, klar. Lol. Als Opi, Opi. Ist das da auch? Ach, deswegen haben die sich da hochgebaut. Okay, ja geil. Warte mal, sieben. Dann lass mich jetzt mal eben zehn holen. Dann kann ich da mit einem Stärketrank reinsprinten. Das wär krass. Dann hätten wir sofort die Chance, wirklich zu gewinnen. Pass mal auf. Ich bin auf dem Weg. Da, hier den Kuchen noch weg snacken und dann... Komme ich, Allah. Ich komme. Oh, Gold. Nice. Ha. Sammle das auf. Ne, komm. Aber nachher kriegen's die Gegner. Scheiß drauf. Hier sind noch genug Blaue. Alles locker. Easy. So, und da werde ich jetzt so durchsprinten. Es könnte sein, dass mich das direkt umbringt, aber was soll's. Ist mir doch egal. Ist mir so egal, Allah. Hey, ich bin ein Engel in der Welt. Oh, lol. Komm, 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 komm. Von hinten hinter dir. Nein. So, ich hab dich. Du kleiner, kleiner Fatz. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Ah, hier. Okay, easy. Easy. Ich hab's. Ui, nice try. Hi. Ich hab dich zwar schon vorne gesehen, aber... Naja. Trotzdem geiler. Ui. Das war auch ein guter Versuch. Komm, komm, komm. Da hinten ist einer. Nice. Ich krieg euch alle. Mein Kel. Alter, und das war der letzte. Oh, Mann, ey. Es war ein bisschen unausgeglichen, aber... Im Endeffekt... Ja, drei Leute ist halt... Es geht. Es geht. Oh, nein. Oh, nein. Sie haben mich erkannt. Geh bloß weg. Oh, nein. Nicht in meinen Raum. Oh, Gott. Ha. Hä, wohin ist denn, Alter? So, und hier mal eben eine kleine Frage an euch. Ich werde jetzt eine J-Top-Umfrage einbauen. Dafür einfach mal eben die Anmerkungen anmachen, unten rechts bei dem Zahnrad. Dann sollte oben rechts ein I stehen. Und da dann bitte mal eben eingeben, äh, was ihr lieber seht, wenn ich mit Mates spiele. Also, egal wie viele. Ob es jetzt drei andere Mates sind oder eben, wie eben diese Zehnerrunden. Oder ob ihr es eher mögt, wenn ich ganz alleine spiele. Ja, das würde ich gerne wissen. Hey, cool, cool. Ja, geil. Gib mir alles. Das ist eine geile Sache, Alter. Das ist echt eine... Oh, hups. Brauche ich gar nicht. Und die haben einen mehr. Das könnte ziemlich spannend werden. Vielleicht aber auch nicht. Oh, Gott, sind die langsam geil. Das mag ich. Wenn die Gegner richtig schön langsam sind. Das mag ich so gerne. Ja, das sollte reichen. Aber dann können die mich easy runterschubsen. Mist. Ach, nee. Ich will da nicht runterspringen. Ach, das ist doch scheiße. Kannst du ja... Oh, danke. Löse mich ab. Das finde ich nett. So, bau einfach weiter. Du bist so ein Trottel, Alter. Was bringt dir das? Es ist so dumm. Nice. Jetzt hast du deine ganze Ausrüstung verloren. Noch 30 Blöcke. Und du hast irgendwie insgesamt nur vier Stück gebaut. Geile und effektive Sache. Willst du auch noch runterspringen? Ja, mach mal. Komm, viel Spaß. Da, viel Spaß. Ah, okay. Und ich baue es ab. Ich hab's. Achso, das bist du. Nice. Hey, cool. Coole Sache. Da lebt nur noch der hier oben. Hey, was? Okay. Oh, oh, oh. Er rennt. Renn, rennt vor. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir alle reinrennen. Oh, Mann, ey. Ja, gut. Dann würde ich sagen, hänge ich hier einfach nochmal eben eine Runde dran. Locker easy. Und da wären wir in der letzten Runde auf der Ragnamap mit tollen Freunden mal wieder alleine. Ohne diese dreckigen Scheiß-Mates. Aber heute ging's. Also heute bin ich echt zufrieden mit dem Part und mit den tollen Mates. So, ich komme direkt zu euch, Alter. Ohne Waffe. Da hab ich mich gerade aus Versehen zweifach verklickt. Ich wollte erstmal nicht springen und natürlich auch nicht, ähm, das Inventar öffnen. Das war beides tatsächlich komplett an Versehen. Wie ich das geschafft habe, wollt ihr wissen. Ich hab keine Ahnung. Vor allem, es gibt ja gar keinen Grund, hier hochzubauen. Also warum soll ich das tun? Und da kommt einer. Danke. Nice. Oh, Mann. Ja, ne, dich werd ich jetzt schon wegracken, ne, mit meinem Schwert. Tut mir ja leid. Na komm. Na komm doch. Komm. Trau dich. Ach, scheiße. Komm. Na, du kleiner Fratz, du. Oh, oh, hey. Na, da, 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 die krassere Range. Kommt sonst nur irgendwo einer? Nee. Shit. Oh, shit. Ja. Es hat geklappt. War zwar total risky und dumm, aber was soll's. Tja. Tja. Bisschen vorhersehbar, ne, vielleicht. Und? Hä? Achso, da. Bisschen gedauert. So. Tschüss. Er ist tot. Haha. Ja, cool. Ich hab gewonnen, weil ich cool bin. Also gegen eine Person, aber das ist ja schon mal ein Anfang. Vor allem, wenn ihr einem richtig auf den Sack geht. So ne Scheiße, ey. Jetzt gehört die Mitte nicht mir. Was soll das denn? Hätte ich da jetzt noch nichts gebaut, würde ich höchstwahrscheinlich hingehen und mich von hier aus in die Mitte bauen, aber das lohnt nicht. Normalerweise würde es sich lohnen, aber jetzt bin ich da hinten schon so weit, dass ich viel Zeit wegwerfen würde. Und das will ich nicht. Oh, ich hab gar nicht viele. Oh, nein. Ja, geil, ey. Ja, die haben alle einen Bogen. Nice. Das ist natürlich super toll. Oh, Mist. Hä? War hier überhaupt schon einer? Ach, geil. Ja, normalerweise ja schon, ne? Oh, Gott. Shit. Ja, ich geh zurück. Der trifft mich schon nicht. Und wenn doch, dann hat er's verdient. Und dann kau ich mir auch mal so ein Warpzeug und Traps. Oder eine Trap. Machen wir mal so. Von da aus kann auch einer kommen, aber das nehm ich jetzt einfach mal so hin. So, packen wir das da hin. Okay. Ich komme. Warte noch eine Sekunde. Ich bin sofort da. Ist aber auch echt keiner. Nein, es sind schon viele tot. Oh, hier ist gar nichts mehr. Warte mal. Schade. Lol. Easy. Scheiße. Wie ich den getroffen habe. Richtig gut. Ja, verdammt. Warte mal. Das war... Das war... Wer war das? Gelb. Oh, ich hab damit gelb getötet. Ja, cool. Cool. Komm. Ach, lol. Er hat ihn getroffen. Okay, weißt du was? Das dahinten ist orange. Dann gehe ich jetzt zu orange. Viel Spaß noch, ne? Ich geh mal zu deinem Bett. Ich weiß, es ist jetzt nicht so nett, aber... Was bist du auch in der anderen Base? Ich muss damit leben, dass dein Bett jetzt weg ist. Tut mir leid. Scheiße. Oh, fuck. Ich bin weg. Ist okay, ist okay, ist okay. Scheiße, was kann ich mir... Was wäre sinnvoll? Ich könnte mir fast eine Enderperle kaufen. Ich kaufe mir einfach mehr davon. Komm. So. Ah, Sekunde. Ich hab nur ne Idee, was ich machen kann. Ich kann mir nämlich einmal das hier kaufen. Und dann noch einmal das da. Und ich sollte vielleicht mal eben zurückgehen. Oh, lol. Er ist da. Hä? Bist du irgendwie... Oh, der ist gut. Zack. Und du bist tot. Das war so dumm von dir. Das war so dumm von dir. Wärst du jetzt in mich reingerannt, dann hättest du höchstwahrscheinlich gewonnen. Ich hatte jetzt gerade nämlich voll die Panik, dass der einfach zu meinem Bett läuft. Und das hätte er auch easy machen können. Hat er aber nicht. Warum auch immer. Na, ich lass mal im Bett mal. Ah, nice. Er ist tot. Na, magst du nicht lieben? Zwei Leute leben noch. Oh, da ist... Scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. Der hat Gold. Und ich glaube, das ist seine erste Goldladung. Ja, klar. Der wurde ja gerade, glaube ich, von dem Orangenen getötet. Scheiße, 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 scheiße. Aber er rechnet nicht damit, dass ich jetzt gleich da bin. Ne, hallo. Ah, ha, 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 ha. Ja, geil. Warte mal, das ist rot. Scheiße. Ach komm, ich geh jetzt einfach zu denen. Hä, wer ist das denn? Ah, da. Okay. Also wirklich direkt der Nachbar. Ja, nice. Tschüss. Bis dann. Zack. Da habe ich dein Bett. Und er springt runter. So ein Opfer. So ein Opfer. Zack. Komm schon. Beam mich hoch, Scotty. Hier war immer noch keiner. Hä? Oh, Mann. Ich habe wieder den, oh, den tollsten Gegner aller Zeiten, der eine halbe Stunde mit mir in einem Match ist. Ich irgendwie, jo, so fünf Leute ausrotte. Und der es in der selben Zeit geschafft hat, noch nicht mal in die Mitte zu bauen. Oder zu einem Gegner. Aber ich habe ihn gerade auch dabei gestört. Vielleicht hat ihn das irgendwie verunsichert. Und, äh, hast du auch nochmal vorzuspielen? Vielleicht? Kannst eigentlich direkt lieben. Hahaha. Na komm, geh. Tschüss. So. Ich habe jetzt eine fette Bombe für dich gekauft. Die werde ich auch schön nutzen. Ah, komm mal her. Du bist jetzt eh tot. Zack. Ja, ein bisschen hoch vielleicht. Ah, nice. Hat aber getroffen. Zack. Und dein Bett ist free. Na komm. Komm doch her. Traurig, ja? Kleiner Fratz, du. Treffe ich den da? Nee. Aber da. Ja. Wow. Hör mal. Da ist er richtig rasiert. Ey, Sonn-Opfro. Ey, ich ralle es nicht. Komm, dein Bett ist komplett frei. Ja. Tschüss. Oh, Mann. Wieder keine Worte für den Typen, der da gespielt hat. Das ist so komisch. Oh, es sind noch mehrere in der Runde. Nein. Scheiße. Die sehen mich. Oder auch nicht. Naja, egal. Gut. Dann bewerte mal den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann.